Hallo zusammen! Beim Fitnesstraining, der Laufrunde oder zum Wohlfühlen im Alltag. Mit dem RP-Hoodie kannst du deinen Sport und die Freizeit einfach genießen. Das weiche Material ist dabei so angenehm auf der Haut, dass du den Eindruck bekommst, es handelt sich um reine Baumwolle. Die atmungsaktiven Fasern garantieren dir aber zu 100% beste Funktionalität und schaffen ein angenehmes Körpergefühl. Wenn du beim Laufen in einen leichten Regenschauer kommst, schützen dich die justierbare Kapuze und der wasserabweisende Besatz. Und damit bist du bestens gerüstet, wenn das Wetter auf deiner Laufrunde mal umschlagen sollte. Das trendige Farbdesign und die reflektierenden Elemente ermöglichen gleichzeitig, dass du bei schlechteren Sichtverhältnissen im Straßenverkehr deutlich besser wahrgenommen wirst. Richtig angenehm finde ich persönlich den Sitz des Hoodies. Körperbetont, aber locker macht der Schnitt jede Bewegung mit. Durch die bequemen Bündchen an Armen und Hüfte bleibt gleichzeitig alles dauerhaft in Form. Viel Stauraum beim Laufen wie im Fitnessstudio bieten die beiden seitlichen Einschubtaschen. Das RP Hoodie ist die bequeme Jacke mit Wohlfühlcharakter, die du beim Sport oder in der Freizeit genießen wirst. Hol sie dir in der Runners Point Filiale oder direkt hier im Shop unter www.runnerspoint.com. Das RP Hoodie ist die bequeme.